Schon seit mehr als 30 Jahren präsentiert die Sparkasse Mecklenburg Nordwest in ihrer Geschäftsstelle am Markt regelmäßig Ausstellungen unter dem Motto Einheimische Künstler stellen aus. Die aktuellen Fotografien zeigen Bilder, genauer gesagt Bäume, des Hobbyfotografen Jörg Adam aus Greisow. Das kommt wohl daher, weil ich ziemlich naturverbunden bin und Bäume haben mich schon immer fasziniert. Auch vor allen Dingen, das ist eine vergängliche Schönheit, weil diese Motive oder viele Motive, die Sie hier auf den Bildern sehen, die gibt es gar nicht mehr. Also ein Foto in so einer Art ist immer vergänglich. Zu sehen sind über 50 Baumfotografien zu verschiedenen Jahreszeiten. Für die stellvertretende Filialeiterin Lea Nerode sind die Bilder eine Bereicherung im Haus. Generell ist es ja bei uns so, dass jeder sich auch bei uns freiwillig melden kann. Wir planen das und wir haben regelmäßig Ausstellungen. Und dann können wir, wir haben da auch einen elitären Kundenkreis, der da auch regelmäßig guckt. Die Bilder sind noch bis Mitte Januar 2021 während der regulären Öffnungszeiten in der Filiale zu sehen. Wie ist das denn in der Vergangenheit? Vielen Dank.